Hallo zusammen, hier ist Drexel und willkommen zu einem neuen Video. Wir unboxen heute schon wieder einen Controller, und zwar den Nintendo Switch Pro Controller. Ja, ich habe ihn schon unboxed, aber wie ihr seht, ist das hier die Splatoon 2 Edition und kommt in dieser besonderen Farbe. Sieht ganz cool aus und ja, das Ding liegt schon seit Tagen bei mir rum, weil ich einfach nicht dazu kam, das auszupacken. Meinen alten habe ich natürlich zurückgegeben, weil wir brauchen schon zwei Controller und billig ist das Ganze ja auch nicht. Ihr wisst ja, der Switch Controller kostet einfach 70 Euro oder so. Also, für den hier habe ich 66 bezahlt. Danke Otto, dass ihr mir für so ein kleines Paket 6 Euro Versandkosten verrechnet. Richtig Idioten. Ja, Kabel, braucht kein Schwein. Und hier ist der Controller. Ziemlich kurzes Video, aber ich wollte ihn trotzdem mal zeigen, weil kann ja sein, dass viele das nicht mitbekommen haben. Wie ihr seht, ist hier ein cooles Splatoon-Muster drauf mit allen verschiedenen Sachen aus dem Spiel. Ja, blöde Folie. So, und hinten auch. Ist immer noch durchsichtig, dieses Plastik halt mit dem Muster dann drauf. Sehr cool. Fühlt sich genauso geil an wie der alte, den ich hatte. Das D-Pad fühlt sich minimal anders an. Ich frage mich ernsthaft, ob Nintendo das gefixt hat, weil ein paar Leute haben sich ja darüber beschwert, dass das falsche Eingaben gemacht hat. Er hat zum Beispiel alles nach oben gedrückt und der hat auch gleichzeitig nach rechts gemacht. Das waren die Leute wahrscheinlich, die so gedrückt haben oder so. Also so gewackelt. Aber keine Ahnung, das weiß ich nicht genau. Sieht auf jeden Fall cool aus, dieser Controller. Und falls ihr im Hintergrund den PC hört, tut mir leid. Das Ding hält schon wieder nicht die Fress und überhitzt. Wie verrückt. Naja. Cooler Controller ist immer noch meiner Meinung nach einer der besten Controller. Inzwischen finde ich es aber echt schade, dass sie hier keine analogen Trigger eingebaut haben. Wäre ganz nützlich gewesen, aber ansonsten ist an diesem Controller eigentlich alles besser als bei anderen Controllern. Und das ist super. Und wenn ich die analogen Trigger nicht habe, dann ist es halt so. Ist jetzt auch nicht so dramatisch. Von daher, ja. Guter Controller. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dieses ganz kurze Video. Ein Hauptvideo wird dann demnächst kommen. Und ja. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.